Wusstest du, dass von Löwen die besten Freunde sind Pinguine? Wusstest du das? Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Maxi, ich hab dich geräuscht! Maxi, komm nicht raus! Willkommen zu einem neuen Video. Und es war mal wieder an der Zeit, Maxify und Furdis zu einem mehr als verrückten Game zu zwingen. In dieser Folge bin ich ein Zoo-Wärter und ich versuche mich liebevoll, um alle Tiere zu kümmern. Doch leider sind da Maxify und Furdis, die die Gestalt eines Tieres angenommen haben und versuchen, mich von meinen Aufgaben abzuhalten. Wie das Ganze enden wird, das siehst du in dieser Folge. Und lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr mit den beiden wollt, Leute, haut es in die Kommentare. Checkt beide unten in der Beschreibung rein und ich bin so happy, dass ihr wieder zurück seid. Und als allererstes werde ich wieder meine Croissants anziehen. Maxify, nenn mir eine Croissant-Füllung. Äh, Nutella? Fufu? Erdbeer. Okay, los geht's. Ich bin quasi ein Mensch und die beiden anderen sind Tiere. Aber wir sagen nicht welche. Ich glaube ja, ich weiß noch nicht genau, wie es abgeht. Auf jeden Fall habe ich hier einen Zoo und ich glaube, ich habe euch schon gesehen, ihr seid beide Elefanten. Kann das sein? Nein. Wir haben genau dasselbe, genau. Wir haben alle es gerade am Bildschirm aufgeschlossen. Okay, ach, hier sind sogar schon Leute da. Holy shit, bin ich groß. Holy shit. Oh, warte mal. Ich bin bereit. Ähm. Fufu? Rückschirm. Warte, wir kommen hier über das Eis rüber. Wo ist Gnu? Äh, Fufu. Fufu. Okay. Nufu macht das Spiel kaputt. Wo seid ihr eigentlich da hinten? Weißt du, was denn Tier wir sind? Ja, Elefant. Ja. Ja. Doch, 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 doch. Ja, warte, warte, doch. Ich sehe ein Elefant im Jahr. Im Gegensatz zu allen anderen afrikanischen Elefanten leben Wüsten Elefanten in besonders kleinen Familiengruppen. Doch, mit den Ohren. Doch, mit den langen Rüsse. Doch, doch. Feeding Pinguins. Oh, okay, ich habe Aufgaben, die ich erledigen muss. Fufu, lass mich bitte in Ruhe. Ich werde eh sehen, wer ihr seid, weil ihr bewegt euch nicht wie normale Tiere. Ja, Fufu auf gar keinen Fall. Was ist deine erste Aufgabe, Gnu? Ich habe mehrere. Und ihr? Aber obwohl wir dürfen uns die eigentlich nicht sagen. Nee, nee, wir sehen deine Mission. Wir sehen deine, glaube ich. Das ist die Zookeeper-Mission. Feeding Pinguins. Kann das sein, dass bei dir das erste ist, was Pinguine füttern muss? Nein. Weiß ich, ob es so gut ist, wenn ich euch so viele Infos über das gebe, was ich gerade tun muss. Ja, schau mal hier hin. Nein. Inzwischen. Ähm. Komm, komm. Ich kann genug sein. So. Oh. Scheiße. Ich habe eine Explosion gesehen. Was denn da passiert? Scheiße, ich sollte die heilen. Ich habe sie umgebracht. Oh, was passiert denn hier gerade? Oh, füße. Ne, pf. Oh, die Pfung. Pufu, was machst du? Rechte Maus hast du? Oh, f***. Oh, f***. Was macht ein Gnuda? Ich habe sie, Elektroschock. Die arme Giraffe. Ich muss sie heilen, aber ich kann nicht. Oh, verdammt. Hey, ja. Guck, wie sie geflogen ist. Ihr seid so, ihr seid geil. Ich hole euch gleich noch. Du weißt nicht, wer aus den Tiere wir sind, oder? Nein, ich weiß gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich hasse euch. Ich will, ich will. Ihr solltet mir nicht eure Gestalt zeigen. Ihr habt es schon gesehen, wer es eigentlich. Komm, hey, kleine. Komm her, komm her. Hey, Matrice, Alter. Komm her. Komm her. Ich mache dich fertig. So, warte. Ah, Hilfe, Pufu. Ich höcke, joink. So, weg mit dir. Ich muss hier weg. Alter, du weg. Ah, Mexi, Mexi, wo bist du? Bin gerade auf Jagd. Warte. Nein, auf Jagd. Ich bin gerade auf Jagd. Bin gleich da. Ich sehe Gnu. Bin gleich da, Pufu. Oh. Siehst du meinen... Alter, ich bin gerade in den Optionen. Du siehst mich nicht, Gnu. Du siehst mich auch nicht. Oh, Pufu. Oh, nicht Gnu. Da kommt ein Auto. Alter, ein Auto. Kann ich da mit einsteigen? Oh mein Gott, ey. Pufu, Alter. Jetzt reißt du mir. Juh, ich komme. Ich fang dich, komm her. Nein, wenn der Hörnchen fliegt runter. Jetzt bin ich da. Nein, aber... Komm her. So, warte. So, hier kommst du jetzt mit. Alter, du hast das Bein. Also habt ihr auch eine Lebensanzeige? Pufu, rette mich. Ja, wir sehen deine. Pufu. Hi. Schau mal, ich habe hier was für dich. Gnu. Nein, lass mich. Hier, schau mal. Was Großes. Rotes. Alter, es hat uns beide in Luft gesprengt, oder? Sind die tot? Ja, ist ja nein. Ich bin gleich tot und auf mich umzubringen. Au. Ich stecke in der Wand. Hilfe. Gnu, was hast du getan? Wie komme ich die raus? Oh mein Gott, wie gut. Ich habe einen Picken ausgeschaltet. Okay, dann warte ich wieder draußen. Ihr könnt die Menschen hier rumbringen. Hier gibt es sogar Menschen, Leute. Wie eklig du da angefahren kommst. Guck mal, guck mal. Oh, süß. Den schenke ich dir. Krieg ich den? Echt? Ja. Du wolltest mir wehtun. Ah! Nein! Das Grab ist sogar kaputt gegangen. Bitte helft mir, lass uns kooperieren. Nur die Giraffe. Bitte helft mir, ich bin hier in Gefahr. Komm, wir fahren zusammen. Komm rein. Hier, komm rein. Kannst du mit einsteigen? Ich weiß nicht wie. Ja, okay, ab. Okay. Ich bin ready. Das ist so ein krankes Game eigentlich, Mann. Okay, ich muss erst mal finden, wo es hier die ganze Kacke gibt. Ja, du kannst doch winken, sie. Wusstest du, Gnu, dass von Löwen die besten Freunde von Pinguine sind? Wusstest du das? Oh mein Gott. Der kann auch nicht. Maxi, ich hab dich geraten. Maxi, ich komm nicht raus. Hilf mir, hilf mir. Ja, ich helf dir. Guck. Oh mein Gott, Maxi. Ich werde es besprochen. Doch, nicht beste Freunde. Ich dachte. Ich will nur gucken, dass wir bei Lager sind. Springen wir drauf, Fufu. Komm mit. Mach dir Platz. Ey, ihr seid zu erschüttert. Also, ey. Warum kann ich die? Ist der Fuch, oder? Ich bin der Fuch. Ah, ich bin der geschossen. Warum? Fahr nicht über mich rüber, bitte. Nein, nein, mach ich nicht. Aber jetzt mal ernst. Sag, wo steht ich? Nein. Alter, es geht aus dem Geländer raus, ne? Oh mein Gott, ich dachte gerade. Da, ein Brenziger. Ey. Ich brauch Bandagen. Ja. Wuhu. Ich hab Spaß meines Lebens. Ich fahr so eine Mini-Achterbahn-Dingster. Ich hab hier gerade eine richtig heftige Fahrt genug. Kannst du dir vorstellen, wie geil das ist? Oh mein Gott, jetzt bin ich im Dschungel. Ein Affe. Wow. Ich bin jetzt, glaub ich, im Aquarium drin. Das sind zwei Fische. Voll krass. So, hier muss es auf jeden Fall irgendwas geben. Hier hat's doch Sachen drin. Oh nein, ich bin hochgeglitschert. Hier muss doch irgendwas drin sein, verdammt. Warte. Nein, nein. Werdi, smetz, smetz, smetz. Ach, verdammt. Hier muss es irgendwo sein. Ah. Wo sind die Giraffen? Wo sind die Giraffen? Das werde ich niemals vergessen. Ist dir denn irgendwie Sachen rumfliegen im Hintergrund, ne? Ja. Oh, du hast es geschafft. Ja, wir können es wieder bestimmen. Pufu, ich hab dich gefunden. Guck, das bist du in meiner Hand. Oh, danke. Oh mein Gott, ich hab so Angst vor euch. Ich hab nur noch zwei Aufgaben. Oh. Und dann. Not gut. Not gut. Not gut. Oh mein Gott, ich werd vom Trieger getötet. Halt mich schnell, ich komm nicht weg. Ach, du Scheiße. Du schaffst das genug. Ihr seid solche Schweine. Wir warten nur auf dich. Mann, ich kann nicht springen, ich bin fluffig. Ah, oh mein Gott. Ich hab meine Banane auf den Boden geworfen. Wo krieg ich jetzt neue her? Oh yeah, Baby. Wo sind jetzt die Affen? Sind sie dann hier? Das ist meine letzte Aufgabe, by the way. Er saufen ein paar Löwen frei rum. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Echt? Warte, ich komm mal. Warte, ich komm zu euch sonst irgendwann. Ja, also ich hab mich jetzt in eine Gondel gesetzt. Ich warte jetzt in einer Gondel. Da laufen nämlich über Löwen rum. Und ich will nicht angegriffen werden. Oh ja, ich seh's gerade. Die Hand und alles. Ach, du Scheiße. Deine Verfolgung ist Fufu. Oh ja, Fufu. Fufu. Oh nein, ich seh gar nicht. Fufu, schneller. Stell Fufu weg. Ach, du Scheiße. Ich hab mein Sohn zerstört. No. Komm mit, komm mit, komm mit. Was ist du denn in der Hand? Komm, Fufu, komm. Ey, scheiße. Aber ich muss aufwarten, weil jeder hält einen Löwen. Wer hat die noch verfolgt? Nee, aber wir sind jetzt bei den Löwen nennen. Die sind noch eingezäunt. Hey, ich bin gleich da. Ich bin, guck mal. Hast du einen Scheißhaufen in der Hand? Hey, wo hast du den denn her? Das sieht aus wie meiner. Wartet doch ganz kurz. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin in der Gondel oben. Und hier bin ich. Seht ihr meinen Schnabel? Nein. Wie, du siehst meinen Schnabel? Ja, ich sehe nur deinen Namen. Komm runter. Okay, warte. Fängst du mich? Ja. Okay, drei. Das war Fufu. Wo bist du? Ich bin hinter den Löwen. Ach, du Scheiße. Ich bin im Wasser bei denen gerade. Wir haben keine Mähne. Was? Ja, komm schnell. Die sehen dich schon. Ja, ja, ja. Du hast auch Scheiße in der Hand. Ja, stimmt. Willst du haben? Immer hängen die. Nie. So, auf jeden Fall. Jetzt gibt's Löwen. Hilfe, Hilfe, ich steck fest. Oh mein Gott, Hilfe. Ach, du Scheiße. Das war meine Löwenfutterung. So, ich brauche jetzt nur noch die scheiß Bananen. Dann bin ich durch, Leute. Oh, hi, hi, hi. Okay, sind Löwen drin im Laden. Oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Die Löwen gehen gerade so durch den Souvenirladen. Hm, was kaufen wir uns denn heute? Oh klar, was machen denn die Delfine da? Hey, da ist ja ein Mensch drin. Bei den Delfinen schwimmt ein Mensch drin, der den zuschaut beim Schwimmen. Oh mein Gott, wie schlecht. Schau mal. Ist das euer Ernst? Nein, ich bin gleich tot. Oh, die Schweine, nein. Ich bin nicht vor meiner Nächstenaufgabe. Nein. Ich hasse euch. Nein, ich hasse euch. Was zur Hölle macht er denn da drin? Warte, warte, ich hab dich, Maxi. Oh mein Gott. Komm mal, ich hab dich verstanden. Oh, scheiße, nein. Wie soll ich den Lappen gesprengen? Nein. Ich hab da gar nichts gemacht genug. Ich hasse euch. Ja, Leute, das war's von dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat, schreibt uns gerne mehr Spiele, die wir spielen können, in die Kommentare. Und eine Folge gibt's bereits auch bei Maxi. Und da spielen wir jetzt den Cherry Soup Mode. Und da spielen sie das A treat. Und da harmony. Und da spielen sie das A주. Und da können sie sich generade.